Herzlich willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Ausgabe meiner Game of Thrones Recap Serie. Heute dreht sich alles um die neue Folge The Broken Man. Natürlich Spoilerwarnung an alle, die die Folge bisher noch nicht gesehen haben oder generell noch nicht so weit in Game of Thrones sind. Lasst euch wirklich nicht spoilern und kehrt später nochmal zu diesem Video zurück. Dazu könnt ihr natürlich auch, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, einfach ein Abo dalassen. Werbung! So, das war ja eine ganz besondere Folge, muss man mal sagen, um direkt mal reinzusteigen. Denn wir bekommen eine, ja, Pre-Intro-Szene. Also vor dem Intro, was ja bei Game of Thrones eigentlich immer direkt als erstes kommt, hatten wir eine Szene. Und zwar nicht irgendeine Szene, sondern wir bekommen einen weiteren Charakter, den man eigentlich oder den viele bestimmt für tot gehalten haben, zurück. Und zwar den Hound. Ja. Ja, ja. Krass, ne? Also, ich hatte es ja schon öfters angesprochen, dass wir vielleicht den Hound zurückbekommen mit Clark Gameball und so weiter. Und jetzt haben wir es tatsächlich bekommen, beziehungsweise ihn. Und, ja, er ist mit einer Gruppe, mit einer religiösen Gruppe unterwegs, mit einem Septon, der, oh Gott, der Schauspieler ist auch relativ bekannt, Ian, Ian, ja, ich blende es ein. Ja, auf jeden Fall, ist eine ziemlich interessante Sache, ne, wird halt wieder als der krasse, superstarke, supergroße Hound, ja, eingeführt, weil die Gruppe ist irgendwo, Riverlands müsste es ja auch sein, auf einer Insel, glaube ich, ja. Und bauen da irgendeinen Turm oder so wahrscheinlich, vielleicht wird es eine Kirche, ich bin mir nicht ganz sicher, und schleppen da dann Baumstämme, Hackenholz und all so ein Kram, ne, so. Hatte so ein bisschen was von irgendwie, keine Ahnung, Kolonialisierung von wegen so, Kolumbus kommt in Amerika an, keine Ahnung, so ein Gefühl hat es mir irgendwie vermittelt. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ja, und dann schleppen die da alle zu dritt, zu viert irgendwie Baumstämme und Hound trägt natürlich einen alleine, weil der ist super stark und krass. Und, ja, ich werde jetzt einfach all das durchgehen, was in der Folge passiert ist, denn man muss sagen, es ist nicht so, dass sie gesagt haben, hey, hier ist der Hound und das nächste Mal sehen wir ihn dann in King's Landing oder irgendwo sonst wieder, sondern man hat wirklich nochmal sich mehr mit ihm auseinandergesetzt, der hatte relativ viel Screentime in dieser Folge und das fand ich auf jeden Fall gut. Also, muss ich schon sagen, hat mir auf jeden Fall gefallen und er hat sich auch irgendwie verändert. Er hinterfragt ein bisschen mehr so seine Vergangenheit als einfach nur schlechter, vor allem von Robert und Joffrey, genau. Fuck the King, ne, hat er ja noch gesagt, bevor er abgehauen ist. Und dann kam er die ganze Sache mit Arya, ich glaube, dritte und vierte Season war das, ja, wo er mit Arya unterwegs war, sie erst zu Rob bringen wollte. Dann kam er dann halt die Red Wedding. Fuck it! War auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also, mit Arya, das Ganze hat mir sehr gut gefallen. Sie hat ihn dann ja da vermeintlich liegen lassen. Sie konnte ihn irgendwie nicht töten. Das wurde ja auch nochmal, dieses Season hat sich aufgearbeitet, als sie im Haus von Black and White nochmal so ein bisschen ausgefragt wurde, dass sie ihn irgendwie nicht töten konnte und für, aber irgendwie wollte sie ihn töten, weil er irgendwie auf ihrer Liste war. Andererseits, ne, die ganze Zeit, die sie unterwegs waren, fand sie ihn dann doch eigentlich ganz gut. Also, irgendwie, keine Ahnung. Das ist schwierig zu beschreiben. Und sie hat ihn dann da liegen lassen, hat ihn nicht gefinisht, quasi nachdem Brienne ihn dann doch schon ganz schön krass diese Klippe da runtergeschmissen hat. Und dann hat er Oberschenkel so voll gebrochen und er war generell ganz schön wrecked. Und man hätte eigentlich gedacht, okay, der wird jetzt einsam sterben, ist aber scheinbar nicht so gewesen. Und, äh, ja. Jetzt ist er so ein bisschen religiös quasi unterwegs, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich den Eindruck hatte, dass er doch jetzt nicht der allerkrasseste von wegen, hey, die Götter sind super und bla. Ähm, dieser, ähm, Septim, er erzählt ihm dann auch, yo, da ist wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum er darüber lebt, dass dann all dieses Gebrabbel da, wobei, er mich auch überrascht hat, muss ich sagen. Ähm, also nicht der Hound, sondern der Septon, äh, der da quasi diese Gruppe angeführt hat, diese Community, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ähm, ich fand's schon krass. Also er hat jetzt, er ist zwar quasi, ähm, hier mit den Seven unterwegs, also die Götter, die auch in King's Landing ganz schön, äh, krass sind. Deswegen ja dann die, äh, mit dem High Sparrow und so, die ganze Geschichte, wir alle kennen's ja. Ähm, allerdings meinte er so, ey, im Endeffekt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob's die Seven sind oder die alten Götter oder vielleicht gibt's doch nur einen Gott. Und, keine Ahnung, aber er meinte, es ist, für ihn ist nur wichtig, dass da oben eine höhere Kraft ist, die allen irgendwie weiterhilft und so. Und, ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall überraschend und spielt ja, finde ich auch so ein bisschen mit diesen ganzen Fan-Theorien, dass es vielleicht, ähm, mit den Göttern ja alles relativ ist und vielleicht sind die Seven doch ein Gott und das sind nur sieben verschiedene Seiten dieses Gottes und ob das überhaupt alles so stimmt, man weiß es nicht. Was auch ziemlich cool ist, ich werd das Video mal verlinken, hab ich letztens gesehen von, wie hieß sie noch? Ich glaub, sie hat irgendwas mit, ähm, mit, äh, The Guy with the Glasses und, äh, so weiter zu tun, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ging's in dem Video darum, dass doch, äh, die Starks, also die Haupt-Starks, sagen wir mal, so Catelyn, Robb und so weiter, äh, Nett, alle eine, ein Aspekt der Seven quasi widerspiegeln irgendwie. Es ist jetzt nicht die Theorie, so wie A plus L equals J oder so, wo man jetzt sagt, fuck, ja, das ist irgendwie krass, aber es war schon interessant, mal drüber nachzudenken. Ja, ich verlinke das Video mal, es ist cool. Guckt's euch mal an, wenn ihr Bock drauf habt, ist ziemlich cool. Ähm, ja, das war das. Und natürlich kann er da nicht in Frieden einfach mal eben so, keine Ahnung, eine Kirche bauen oder was auch immer sie da halt vorhatten, diesen Turm, ähm, sondern es wird natürlich ein bisschen unterbrochen, denn wir sehen die Brotherhood Without Banners wieder, die wir auch aus seiner und aus Arya-Storyline schon kennen. Da kam dann auch Jakken ins Spiel, ähm, und so weiter, irgendwie, genau. Und da haben wir auch das erste Mal tatsächlich im Zusammenhang mit dem Red God und Melisandre und so weiter über, ja, Wiederbelebung quasi erfahren, dass das so möglich ist, wie halt Jon Snow dann auch zurückgekehrt ist. Und, ähm, ja, das war, glaube ich, in Season 3, ja. Ja, genau. Und, äh, wir dürfen auch nicht vergessen, da gab es auch noch, äh, Gendry, ja. Da komme ich später nochmal drauf zurück, ob der vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen wird. Ähm, ja. Ja, aber die kommen erst da angeritten, ne, dann denkt man so, okay, was wollen die jetzt? Sie werden sehr als Antagonisten dargestellt, was in den Büchern ja wohl nicht so ist. Ähm, gut, ja, ich finde es jetzt okay. Also, ja, mich stört das nicht, weiß nicht. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Buchleser, der das jetzt nicht so geil fand, aber ich persönlich fand es echt in Ordnung. Weil, ja, also, sie waren halt immer so, finde ich, in so einer Grauzone, wo man sagt, da sind die jetzt gut, sind die jetzt schlecht, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall waren sie jetzt in der Szene quasi Antagonisten. Ähm, und haben dann später auch, natürlich, irgendwie, als der Hound gerade im Wald war und, was weiß ich, einen neuen Baum geholt hat und so weiter, ähm, ja, mal eben das ganze Camp niedergeslayt. Weil, ja, alle waren tot, äh, der Septon hing da an dem Turm gehängt und da hatte der Hound dann irgendwie keinen Bock mehr und es war halt so wirklich so, als könnte er seiner Vergangenheit doch nicht entkommen, auch wenn er es eigentlich gerne würde und hat dann wieder zur Axt gegriffen und, äh, ja, im Season, äh, im Season, im Teaser für die nächste Folge hatten wir auch schon gesehen, er wird da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gewalt anwenden. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, ob wir wirklich Clegane Bull bekommen, ob er dann eine Champion quasi für, ähm, ja, die Seven wird, für den High Spiral, für das Face, für den Glauben, wie auch immer. Ähm, bin ich sehr gespannt, der dann noch nach King's Landing kommt, ob wir das diese Season noch sehen oder ob wir es erst nächste Season sehen. Und, äh, es gibt wohl auch noch die Theorie, das, boah, jetzt habe ich schon fast 10 Minuten über Null in der Haut, boah, fuck, ähm, es gibt ja wohl auch noch die Theorie, ähm, ähm, das ist ein, vielleicht statt ein Clegane Bowl, also den Zombie Mountain gegen, äh, den Hound, stattdessen vielleicht ein Trial of the Seven gibt, äh, ja, oder Trial of Seven, was man aus Duncan and Egg, dieser Nebengeschichte quasi, ähm, von den Targaryens kennt, ähm, wozu ja vielleicht auch die Spin-Off-Serie kommt, wenn eine Spin-Off-Serie kommt, aber das wird wahrscheinlich erst groß diskutiert, wenn Game of Thrones, äh, Season 7, Season 8, also nächstes Jahr wird das dann vielleicht ein bisschen aktueller. Aktuell ist das nur noch eine Überlegung. Viele meinen ja auch vielleicht, dass als Spin-Off Robert's Rebellion kommt, was ich zum Beispiel jetzt nicht glaube, weil ja da vor allem in der letzten Folge zum Beispiel mit Mad King und so einiges schon in Brands Flashbacks da war und wir da bestimmt auch noch ein bisschen was sehen werden. Dementsprechend weiß ich nicht, ob sie das dann nochmal quasi, äh, ja, aufarbeiten im Detail. Keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was für eine Spin-Off-Serie ihr gerne sehen wollen würdet, denn, äh, ich glaube schon, dass sie eine machen. Sie werden da noch einiges an Geld mitnehmen wollen. Ob die jetzt bei, von Dan and Dave, den Kreativleuten quasi, die hinter der Originalserie jetzt stecken, macht wird, weiß man nicht. Die haben nämlich nur den Vertrag für die normale Serie. Ähm, und haben sich glaube ich auch schon ein bisschen Abstand dazu genommen, oder sie es nicht, vielleicht nicht unbedingt machen wollen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dann an Qualität großartig einbüßt. Wir werden sehen, an ein ganz anderes Thema. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. Also, äh, wir werden sehen, wie das da mit dem Trial aussieht, ob wir das noch diese Season bekommen oder halt erst nächstes Season. Äh, keine Ahnung. Wir gehen weiter nach King's Landing, finally. Ähm, ja, Marjorie spricht mit dem High Sparrow einmal mehr. Äh, sie hat jetzt so eine komische Krone auf, die irgendwie ist auch neu, oder? Keine Ahnung. Ähm, er fragt sie nach einem persönlichen Anliegen. Und, äh, ja, man muss sagen, leider kein Sex für Tommen aktuell. Für den Buben da hier, ähm, ja. Hm, schade für ihn. Ähm, man sieht richtig schon, wie der High Sparrow so ein bisschen seine Karten wieder ausspielen will. Weil, ja, er will es halt auch langzeitmäßig planen, dass diese, dieser neue Weg, wie sie ihn ja nennen, the new way, jetzt auch, ähm, dauerhaft etabliert wird. Tommen ist jetzt aktuell zumindest auf seiner Seite quasi. Ich weiß auch nicht, ob sich das noch ändern würde oder ob Tommen vielleicht sogar drauf geht. Wir werden sehen. Ähm, ja, und er möchte halt, dass Tommen einen Erben hat, der dann auch auf diese Art direkt erzogen wird und dann quasi vollends für den High Sparrow, äh, oder dafür ist, dass halt König und, äh, Kirche quasi zusammen die beiden, äh, Pfeiler der sieben Königreiche bilden. Ähm, deswegen möchte er sich da halt langzeitmäßig auch absichern. Und, äh, ja, ich meine, einerseits hat er ja schon gute Intentionen so von wegen so das Volk mal ein bisschen rausholen. Andererseits, ne, es ist halt für unsere Charaktere jetzt so semi-geil. Ähm, Cersei mag ich ja persönlich. Also, einerseits, Cersei hat echt eine super Mutterqualität, muss man einfach sagen. Das ist so das wirklich krass Gute an ihr. Andererseits, weiß ich nicht so. Jaime mag ich als Charakter auf jeden Fall. Und, äh, er wird ja jetzt auch, da kommen wir dann gleich nochmal zu, vor eine Entscheidung gestellt. Ähm, aber ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiter, äh, ja, ausspielt da in, äh, King's Landing. Ich bin ja auch so ein bisschen, weiß ich, die Theorie, alle fragen sich ja, wer ist am Ende auf dem Iron Throne, Daenerys, vielleicht Jon, keine Ahnung, viele Theorien gibt's da. Ich glaube, ehrlich, so ein bisschen, wir kriegen eine Demokratie. So weiß ich nicht. Da hab ich angefangen, drüber nachzudenken in der letzten Season, als Daenerys irgendwie meinte, ähm, ähm, I'm not going to stop the wheel, I'm going to break the wheel, ja, ähm, weil das halt schon so irgendwie, keine Ahnung. Ja, was ist, wenn es gar keinen König mehr oder Königin mehr gibt, sondern halt einfach einen Rat, einen Senat, vielleicht sogar, äh, also vielleicht aus verschiedenen Lords oder halt einfach vom Volk elected, also gewählt. Wir wissen es nicht. Ähm, gut. Gut, das ist nur nochmal so eine Theorie für die Langzeit, äh, Dings, aber der Krieg mit dem Night's King wird ja da erstmal ziemlich viel einnehmen. Ähm, gut. Dann, äh, meinte auch noch der High Sparrow zu Margaery, dass sie doch die Queen of Thrawn, also ihre Groß, äh, ja, die Großmutter, ähm, auch den neuen Weg beibringen soll und, ähm, sie davon überzeugen soll und so weiter und so fort. Sonst würde er nicht, äh, wäre ja um ihre Sicherheit besorgt. So ein Uterschwelle gedroht. Ähm, ja, Margaery geht auch zu ihr hin, ähm, überzeugt sie dann halt, King's Landing zu verlassen. Und ich hab mich die ganze Zeit gefragt, bis so zum letzten Moment, ob Margaery jetzt, also ich war eigentlich davon überzeugt, letzte Folge vor allem, dass sie halt auch spielt, weil sie noch so als die Tyrell-Armee da ankam, noch so ein bisschen so, naja, irgendwie erleichtert wirkte. So, und, ähm, dass sie das alles spielt, ähm, was genau jetzt ihr, ob sie wirklich einen Plan hat oder ob sie es jetzt einfach erstmal macht, um zu schauen und das alles stabil zu halten, keine Ahnung. Ähm, aber dass sie eigentlich alles spielt und gar nicht wirklich Bock auf den High Sparrow hat und auf das, was er da verkörpert und so. Ähm, hab ich aber ein bisschen hinterfragt. So, währenddessen. Ähm, allerdings an, weil das war schon echt gut, was wir gemacht haben, also, meinst du, das ist jetzt wirklich ernst? Das kann ja nicht sein. Und, ähm, hat sich aber als wirklich falsch herausgestellt. Sie spielt das wirklich nur, weil sie hat, äh, ihrer Großmutter dann noch einen Zettel untergejubelt quasi oder gegeben. Ähm, ähm, ganz unauffällig, denn während ihrer Konversation war die ganze Zeit diese eine High Sparrow-Dienerin auch noch dabei, die auch Cersei schon da verprügelt hat und die die Haare abgeschnitten hat und so weiter. Ihr erinnert euch vielleicht, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, ähm, ja. Aber sie hat ihr noch einen Zettel gegeben, wo sie irgendwie mit Kohle eine Rose drauf gemalt hat und, ähm, das war dann halt so, ja, äh, I'm standing true to the Tyrells und so, weiß ich nicht. Ne? Genau. Oh, immer dieses Denglisch, furchtbar. Das ist halt doof, ich gucke es halt seit Ewigkeiten auf Englisch und, ja. Ich glaube, ich habe nur die erste Season ein paar Folgen auf Deutsch geguckt und bin direkt umgestiegen. Deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Genau, und dann gibt es noch eine Konversation zwischen eben der Queen of Thrones, äh, ja, und der Groß, also der Großmutter von Margaery und Cersei. Ähm, ja, wird nochmal klargestellt oder sie wirft Cersei nochmal vor, dass ja alles ihre Schuld ist. Und ja, Cersei hat auch in Season 5 echt nicht gesehen, was da noch für ein riesen, fataler Rattenschwanz mit hinterherkommt. Ähm, ist schade, ne, aber sie hat ihre Packung ja auch schon dann direkt bekommen. Und jetzt will sie halt wirklich nur, dass ihr Sohn quasi wieder ihr gehört, weil sie hat nicht mehr viel. Ich meine, all ihre Kinder sind quasi tot, außer Tommen. Und das ist halt schon so doof für sie, glaube ich. Ähm, dementsprechend, ja, ist das, glaube ich, auch für sie nicht einfach. Aber, ja, und dann wird nochmal irgendwie klargestellt, dass es auch so das einzige Quäntchen an frohen Mutes, den, äh, Margaeries Großmutter da noch ausziehen kann, dass Cersei ganz schön screwed ist. Weil, Jaime ist ja, wie wir wissen, in Riverlands. Dann, äh, hat sie ja auch keinen Tywin oder so mehr, weil der halt schon tot ist. Tyrion war sowieso nie Best Friend, aber selbst der ist auch nicht mehr da. Ähm, ja, und ihr Onkel ist, glaube ich, auch mit, äh, Dings unterwegs, oder? Ne, Quatsch. Ne, der ist noch da, aber der ist jetzt auch nicht wirklich ihr Verbündeter. Ähm, also der Lannister-Onkel, der Bruder von Tywin, ähm, ja, ist halt doof einfach für sie. Ich meine, sie hat noch den Mountain und der, da kommt nächste Folge, habe ich auch im Teaser schon gesehen, dann endlich diese Szene, die wir auch aus den ersten Trailern schon kennen. Äh, weil dann kommt das Trial dann so langsam, äh, in Gang, was sie ja noch erwartet, ähm, wo sie dann Trial by Combat chosen wird, weil sie halt den Mountain hat und überzeugt davon ist, dass sie gewinnt. Ähm, ja, äh, ja. Ja, äh, von wegen so, order your man to step aside or there will be violence. Und dann, äh, von Danzel Lannister, den es ja auch noch gibt, ne, darf man auch nicht vergessen, der ist ja auch noch beim High Sparrow unterwegs. Ähm, und sie wählt Gewalt, ne, das war ja noch im Trailer. Ja, und Kaiborin hat sie halt noch mit den Spionen und Jit und überhaupt, aber sonst ist sie ganz schön scripted, muss man sagen. Ja, ähm, bin ich mal gespannt, wie das wird und was wir dann da erfahren und vielleicht geht sie auch drauf oder so. Keine Ahnung, könnte auch sein, oder? Ich bin nicht sicher. Naja, egal. Wir machen einfach mal direkt mit Jaime weiter, wenn wir jetzt schon mal dabei sind und überspringen jetzt mal das andere. Ähm, also die Starks mache ich dann lieber im Anschluss. Ähm, ja, Jaime ist in den Riverlands und muss, äh, das Riverrun. Die Festung, die der Blackfish eingenommen hat und danke nochmal für den Hinweis an, oh Gott, weiß ich jetzt gerade gar nicht, letzte Folge, mal eben nachgucken, weil ich habe Tully, also Sams Familie und Tully, ja, verwechselt. Aber, ich meine, serious, also was heißt verwechselt, aber ich habe sie für eins gehalten irgendwie, dann war ich so voll verwirrt. Ähm, äh, Ademis, falls du wieder zuschaust, vielen Dank für diesen Hinweis. Da ist mir, keine Ahnung, es ist halt wirklich so, ich habe halt irgendwie diese Connection gemacht und dachte mir so, hey, fuck, stimmt das? Und es ist halt wirklich weird, dass die nur anders geschrieben werden, aber quasi genau gleich ausgesprochen. Ähm, na, fast genau gleich, außer man betont es jetzt richtig krass, so Tully und Tully, aber, äh, wenn man es halt nur so, ja, egal. Ähm, ja, der Blackfish, ne, der ist ja auch mit Catelyn und so verwandt, ne, und man darf das alles nicht, was halt auch cool ist, ne, und, äh, ich glaube, Admin, äh, also den Gefangenen, den die Freys jetzt haben und da auch am Anfang dann der Szene, wo Jamie dann der Rife quasi noch den Blackfish hinhalten und so, und wir töten ihn, wenn du nicht aufgibst, surrender the castle, und shit, und, äh, sind voll verzweifelt, weil die Freys, boah, die Freys haben kampfmäßig echt nichts drauf. Fuck mich immer noch so ab, dass, keine Ahnung, die Boltons und überhaupt da bei Red Wedding einfach, die in der Gang haben, weil die Freys, die haben nichts drauf, scheiß auf die Freys. Ah, dummer Warder, ich hasse ihn. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, der kriegt noch seine Packung. Boah, scheiß Dreck. Ähm, vielleicht irgendwie von, mit dem Blackfish und Brienne oder so, wir werden sehen. Ähm, ja, Jamie kommt dann da an, ne, übernimmt halt direkt das Command und, äh, stellt die Freys erstmal ganz schön zurück und sagt, haltet die Fresse, ich bin jetzt hier, ich hab ne Armee, ich bin Lannister, ähm, ihr habt nix drauf. Und, äh, ja, dann schlägt er den einen natürlich auch nochmal, äh, immer mal hin, kann er nochmal jemanden schlagen mit seiner, äh, Eisen, Gold, was auch immer, Hand. Und wie gesagt, ich frag mich ja immer noch, warum er sich nicht einfach so a la Captain Hook oder Ewa-mäßig da so ein Ding dran macht, wo er so quasi einfach so eine Klinge dran macht. Dann könnte er wenigstens noch mit dem rechten Arm führen und so. Das könnte vielleicht immer noch besser funktionieren, als mit links irgendwas zu erzwingen. Egal, vielleicht kommt das ja noch, wir wissen es nicht. Ähm, ja, die haben zwar den Edmund als, äh, Tali als Druckmittel, aber das ist der Blackfish relativ Wayne, weil der den eh nie so mochte, wenn man sich mal zurückerinnert, aber er ihn eh schon für tot hält. Das ist vor allem der prinzipielle Grund, der denkt sich, ach, der ist eh, geht eh drauf. Also, wie sollte ich da jetzt irgendwie das Castle, äh, das Schloss deswegen irgendwie surrendern? Das, äh, macht für mich keinen Sinn. Und, äh, er meinte, as long as I'm standing, the war is not over. Und so, das war schon ziemlich bad. Er war generell, er ist generell bad. Also, keine Ahnung, dass ich den so aus den Augen verloren hab, ich fand den damals auch schon ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, und er hat eine verdammt coole Rüstung, muss man einfach sagen. Diese, diese, diese einzelnen Teile da aus seiner Rüstung und so, ist schon ziemlich cool. Ähm, ja, also dann konfrontiert Jamie ihn halt auch nochmal vor dem Tor, ganz alleine. Er meint so, ja, gib auf, oder all deine Männer werden sterben, und shit. Dann meint er halt, ja, aber ich hab die defensive Position, hab ich auch schon mal erläutert, ne. Ähm, Schlösser sind halt echt einfach zu verteidigen, außer, hey, Jamie hättet irgendwie Drachen oder so, ne, weil das hat ja, gibt's auch ein sehr interessantes Video vom Nerdwriter, verlinke ich auch mal, ähm, warum Drachen quasi so ein bisschen, äh, ja, das ganze, äh, ganz Westeros quasi in einer gewissen Zeit gefangen halten. Es ist ein interessantes Gedankenspiel. Ähm, ja, ich verlinke es mal, schaut es euch mal an. Der Nerdwriter ist eh ein ziemlich cooler Kanal. Ähm, Gott, jetzt hab ich grad den Faden verloren. Genau, dann sind sie halt da, und er meint so, ja, ich hab die Defensivposition, ihr könnt mich ruhig lange belagern, wir sind für zwei Jahre gerüstet, das, äh, wünsche ich dir viel Spaß bei Jamie. Und, äh, ja, dann ist Jamie ganz schön screwed. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, wie sich da wirklich, äh, Krieg kommt. Und jetzt kommen wir mal nochmal eben zu den Starks, was heißt mal eben. Ähm, die Starks sind auf ihrer Tour durch den Norden unterwegs, um möglichst viele Verbündete zu sammeln. Ähm, hier sind, sehen sie bei den Whitelinks, was auf jeden Fall cool ist. Die Whitelinks kriegen sie auch ganz sicher, und das ist auch, glaube ich, der größte Anteil, muss man sagen, den sie dann haben, bisher zumindest. Ähm, ja, und erst wollen sie natürlich auch nicht mitmachen, weil sie meinen, ja, warum sollen wir so irgendwas kämpfen für dich, oder generell hier für den ganzen, äh, Kram südlich der Mauer und so weiter. Ähm. Ja, fragt John einfach nur, ja, wenn die mit mir fertig sind, die Boltons, dann werden sie euch auf jeden Fall auch alle niederslayen. Die wissen, dass viele Frauen und Kinder hier sind, und das wird nicht schön für euch. Und dementsprechend ist es quasi, sagt er, ja, ihr seid zum Angriff gezwungen, dann können wir uns doch auch, äh, verbündeln und gemeinsam diesen Feind, diesen gemeinsamen Feind, den wir haben, bekämpfen. Klappt auch, One-One, also der Riese, sagt auch einfach nur, Snow. Und damit ist alles geklärt, ja, also, muss nicht mehr sagen, und somit, äh, sind die Whitelings dann auch am Start. Ne, Tormund hält da auch nochmal so eine kleine Rede, ne, das, ja, er ist für uns gestorben, und wenn wir nicht bereit sind, dasselbe für ihn zu tun, dann sind wir einfach nur Feindlinge und überhaupt. Und, äh, ja. Genau, dann gehen wir noch nach Bear Island, wo die Mormons leben, also, Mormons, wir erinnern uns, Jorah ist ein Mormont, aber er ist ja so ein bisschen der geächtete Mormont, ne, und dann der alte Lord Commander aus Season 1 und 2, und, ja, der, äh, war ja auch ein Mormont, ne. Und, äh, ja, aber Bear Island wird von Lady Mormont, von Liana Mormont, äh, regiert, und sie ist halt, ähm, 10, ja. Aber für 10 ist sie einfach krank, ich, ich verstehe das nicht. Also, 10 Jahre alt hat extrem viel Selbstvertrauen und weiß, worum es geht, und, äh, ist auf jeden Fall krass unterwegs, hat natürlich auch Advisor, keine Frage, ne, mit denen sie sich auch immer mal wieder dann kurz schließt, aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall tough, muss man sagen. Ähm, und gibt auch Sansa und Jon eine harte Zeit, da irgendwie, während sie versuchen, ähm, ja, Leute von denen noch für sich zu gewinnen. Ja, sie gehen dann halt zu ihr und sagen, so, ja, wir brauchen deinen Support, ne, und deine Männer und überhaupt. Und, ähm, sie ist eigentlich nicht so Bock drauf, dass noch mehr Leute von Bear Island, ihre Männer, ähm, dafür drauf gehen, für irgendeinen Krieg eines Lords, was auch immer, weil sie hat für Rob gekämpft und, und so weiter, aber, ja, hat nicht so ganz funktioniert. Muss man sich auch mal daran erinnern, damals hat Rob einfach nur gesagt, ja, call in the Banners, und das war's. Weil da hatten die auch einen Cause, ja, sie wollten Ned holen, sie wollten die, äh, Stark-Töchter holen, und, ähm, generell mal wieder ein bisschen den Lensers zeigen, was abgeht. Ähm, jetzt ist das alles ein bisschen schwieriger, nach den ganzen Sachen, die geschehen sind, ne, auch mit Rob, der dann später, vor allem auch vom nächsten Lord, wo wir gleich noch zukommen, ein bisschen durch den Kakao gezogen wird und so, ähm, ja. Aber dann schaffen sie es letztendlich nur, ähm, die Mormons für sich zu begeistern durch Davos. Davos tritt dann nämlich nochmal vor, erklärt, ähm, warum es unausweichlich ist, dass Krieg für jedes Haus kommt. Ähm, ja, weil, halt, the real war is between the living and the dead, ähm, zwischen den Lebenden und den Toten der Knights King kommt, und das ist unausweichlich. Und wenn die Boltons weiterhin Warn of the North sind und, ähm, Winterfell halten, dann gibt's nie einen vereinten Norden, und wenn der Norden nicht vereint ist, hat der Norden oder generell Westeros keine Chance gegen den Knights King und seine Armee. Ähm, genau, also sie schaffen es nur, dank Davos da auch wirklich was zu erreichen, weil er nochmal alles erklärt, und dann ist sie auch bereit, äh, Männer und Truppen beizusteuern. Und dann fragt John halt, ja, schön, cool, freu ich mich. Wie viel kannst du denn entbehren, so, an Leuten, ne, für unseren, äh, Cause, für unseren, äh, ne, für unseren Zweck, für unser, für unser Ziel. Ähm, ja. Und dann kommt's halt, und dann denkst du dich so, hm, House of Mormon, ja, gut, das ist vielleicht nicht ein Riesenhaus, aber so ein paar hundert Leute vielleicht schon, ne? 62. What? Come again? 62. Einfach nur 62 Männer. Es ist halt so, ja, aber die sind voll gut und so. Mhm, klar. Äh, fucking shit. 62, ja gut. Ne, also das ist halt wirklich so, sie müssen ganz kleine Brötchen backen, und das ist halt echt nicht einfach. Und noch schlimmer wird's ja dann, dann sind sie beim nächsten, ähm, bei House Glover, bei den Handschuhen. Ne, ähm, ja, und da kriegen sie nochmal die richtige Ladung shit, muss man einfach sagen, weil der hat gar keinen Bock mehr, weil sein Bruder ist im Krieg der Fünf Könige gestorben, und, äh, für Rob, und der meint, dass Rob ja alles aufgegeben hat für, ja, wie hieß sie noch, für, er nennt sie Hure, für diese Olle, ähm, weil er halt dann keinen, nicht den Deal mit den Freys eingehalten hat, und sich das dann halt so negativ entwickelt hat, dann kamen die Boltons, hatten auch keinen Bock mehr, aber beziehungsweise, äh, Ruse wollte einfach wahrscheinlich, ne, Born of the North sein, äh, und, äh, ja, war dann halt ziemlich scheiße, und fand er auch nicht so geil, und dann hat er noch gefragt, wo waren eigentlich die Starks, als mein Schloss, äh, von den Iron Bones eingenommen wurde, wo meine Kinder und meine Frau, äh, ins Verlies geschmissen wurden, und so weiter, wo waren die Starks da, und jetzt kommen sie wieder, so, und dann macht, äh, quasi Sansa nochmal so ein Leap of Faith, ja, ähm, und, und, und dann nochmal, ja, aber du hast den Starks dein Eid geschworen, und immer, und überhaupt, und, äh, ja, hm, hat er, findet er dann auch nicht so geil, schnappt er nicht so gut auf, und im Endeffekt wird das nichts, ähm, also es ist im Endeffekt ein ganz schönes Scheitern, was wir da sehen, ähm, und es steht alles nicht unter dem besten Stern, muss man sagen, ähm, Und stimmt, bei Boris Mormont wurde auch nochmal irgendwie halt gesagt, ja, weil in Season 5 hat auch Stannis schon bei Mormont angefragt, ob die noch Truppen haben und überhaupt. Und da hat sie dann quasi geschrieben, ey, ich gebe nur dem wahren Herrschern im Norden Truppen und das sind die Starks. Und bei Jon wird das jetzt sowieso hinterfragt, weil er halt ein Bastard ist, Jon Snow. Aber auch bei Sansa hinterfragt Lyanna Mormont es, wobei sie eigentlich große Stark-Fans sein müssen, weil sie heißt ja Lyanna und so. Egal, hinterfragt sie es, weil Sansa halt mit Ramsay verheiratet war und oder theoretisch immer noch ist, I don't know, mit Tyrion und mit Joffrey theoretisch fast geworden wäre. Ähm, ja. Und sie meinte halt nur, ich hab das getan, was ich machen musste, um zu überleben. Ich werde immer Stark bleiben. Und das war einfach schon cool. Das war auch so in dem Teaser für diese Woche, war das schon ziemlich nice. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja. Im Endeffekt sind sie am Ende auch im Camp, was an derselben Stelle ist, wo Stannis auch gecampt hat. Und wo ich mir dachte so, hey, das ist nicht so klug, da zu campen, weil da wurde Stannis von Ramseys 50 Leuten oder weniger sogar überfallen. Und ja, danach war er ganz schön screwed hauptsächlich. Also das war mit ein Grund natürlich jetzt, ne. Auch die Wetterverhältnisse waren für ihn schlecht. Und generell so ein paar andere Sachen. Ähm, nachdem er dann seine Tochter verbrannt hat, war dann viele vielleicht auch nicht mehr so Bock auf die Sache. Ähm, ja. Deswegen, weiß ich nicht, ob das so klug ist, da nochmal sein Camp aufzuschlagen. Aber gut, nach Johns Auffassung, wir bleiben hier nicht lange, wir greifen jetzt an. Wir müssen das nehmen, was wir haben und das Beste ausmachen. Äh, Sansa findet das dann auch nicht so gut. Man sieht auch, dass es Uneinigkeiten im Camp gibt, weil sich dann auch im Hintergrund Leute prügeln, muss man sagen. Ähm, ja. Auch nicht ganz so cool, muss man sagen. Und, ähm, ja. Also es steht alles wirklich nicht unter dem besten Stern. Und in dieser Not verfasst Sansa dann, äh, weil es gibt noch zwei Hoffnungen jetzt quasi, verfasst Sansa dann noch einen Brief. Ich glaube an Littlefinger, weil es wird nicht ganz klar. Aber ich glaube, sie hat sich jetzt dazu entschlossen, doch, weil sie eigentlich keinen Bock mehr darauf hatte, Littlefinger zu fragen. Weil er hat ja schließlich noch die ganzen Ritter der Vale und das sind nicht wenige. Und die sind auch gut. Ja, sollte man schon, äh, das vielleicht nochmal in Betracht ziehen. Äh, macht auch Sinn. Und natürlich, ähm, ist Brienne ja auch noch auf dem Weg zum Blackfish. Ja, dürften wir auch nicht vergessen. Wenn sie es vielleicht schafft, ähm, ja, ihn dazu zu bewegen, das Schloss aufzugeben und die Truppen da rauszuholen, dass die dann quasi gegen die Boatens auch mithelfen, weiß ich nicht. Weil das ja schon der größere Cause ist, der größere Zweck, als da jetzt irgendwie das eine Schloss zu halten. Na, auch wenn es für ihn, den Blackfish, weil er da halt aufgewachsen ist, natürlich einen persönlichen Wert hat. Aber, ja, geht halt eher darum, dass die Starks wieder den Norden haben und dann ist das mit den Freys auch ganz schnell vorbei. Ja, also, ja, ähm, ich habe gesehen, dass Brienne auch auf jeden Fall wieder auf Jaime trifft, nächste Folge. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ähm, Jaime scheint ziemlich krass noch auf Cersei abzufahren, immer noch und bereit zu sein, für sie alles zu geben. Und, ähm, ja, im Buch ist das ja, wie gesagt, wohl nicht so. Da bundelt er ja ein bisschen mit Brienne dann wirklich an. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht noch umschwingt, aber Jaime steht definitiv auch wieder vor einer Entscheidung. Und muss sich überlegen, ähm, was er denn daraus macht. Weil er hat ja auch eigentlich damals geschworen, dass, äh, Sansa und so sicher sind und sicher gehalten werden und so. Ob er da jetzt wirklich vielleicht eher auch noch mithelfet. Das wäre ja richtig krass. Stellt euch mal diesen Twist vor, wenn Lannisters gegen Botens kämpfen. Egal, das ist nur so ein Gedankenspiel. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht unbedingt, dass es passiert, aber stellt es euch einfach. Ne, Gedankenspiel. Könnt ihr auch mal drauf eingehen in den Kommentaren, würde mich freuen. Äh, ja, und was ich auch noch weird fand in den Riverlands, muss ich jetzt nochmal kurz, ähm, anmerken. Da waren die dann so im Armeecamp und überhaupt. Und, äh, waren da irgendwie so Soldaten, die da so richtig, keine Ahnung, wie bei der Armee irgendwie so hinter mir gejoggt sind. Ich meine, irgendwie macht es vielleicht doch Sinn, wenn das so eine krasse Armee ist, die halt auch wirklich strukturiert kämpft und so. Andererseits war es irgendwie weird. Ich weiß nicht. Genau. Des Weiteren haben wir dann noch Theon und Jarrah. Heißt sie? Ja, seine Schwester heißt Jarrah. Ähm, in Old Volantis gerade mit ihren Schiffen. Die sind ja von Euron Grator, der als König der Iron Islands ist, geflohen. Äh, haben fast alle seine Schiffe mitgenommen. Und, äh, ja, was auf jeden Fall gut ist. Ähm, ähm, ja. Und ihr Plan ist es ja tatsächlich, obwohl, da gehe ich gleich drauf ein. Erstmal geht es noch darum, ähm, dass, ja, sie Revenge with Theon wollen. Aber Jarrah wirklich ihnen jetzt vor die Wahl stellt, ey, auch ein bisschen tough love gibt und nicht halt irgendwie so, oh, 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 keine Ahnung, da irgendwie ganz soft behandelt oder so. Weil sie sind halt Iron Bonds, ne? Sie sind halt quasi so ein Wikinger-Volk und, äh, einfach krass drauf. Da gibt es sowas nicht. Ja, obwohl sie natürlich, äh, äh, mit als eine der wenigen Leute noch wirklich schätzt und als Bruder liebt. Aber, ähm, trotzdem sagt sie, ey, ich brauche den alten Theon zurück. Ich brauche den richtigen Theon zurück. Und wenn du das nicht mehr sein kannst, dann kannst du dich auch aufschneiden, so ungefähr. Ähm, ja. Ja, aber dann blickt er hoch und man sieht den alten Theon so irgendwie wieder so leicht durchschreien. Und vielleicht wird er jetzt wieder richtig crazy oder beziehungsweise das erste Mal richtig krass. Weil ich fand, als er halt noch Selbstbewusstsein hatte und so und dann da Iron Bonds und so, war er immer so ein bisschen, keine Ahnung, tollpatschig und un-, oder was heißt tollpatschig ist nicht das richtige Wort. So ein bisschen halt, äh, wie so ein kleiner Junge, dem man irgendwie ein Schwerter in die Hand gedrückt hat. Gefühlt, weiß ich nicht. Ja. Ähm, wirkte für mich nicht so krass einfach. Aber ich hoffe, dass er jetzt aufersteht, wie ein Phönix aus der Asche und einfach jetzt mal richtig krass ist. Fände ich cool. Oder wird. Denn ihr Plan ist es. Und ich fände das echt geil, wenn wir das jetzt noch sehen auf diese Season und bald und überhaupt, dass sie zu, ähm, Daenerys reisen mit ihren Schiffen und dann sagen, hey, wir haben Schiffe, wir wollen die Iron Islands zurück, du willst nach Westeros. Let's make a deal out of it. Ja. Und, ja. Macht ja durchaus Sinn. Bin echt gespannt, ähm, wie und wann Daenerys auch erfahren wird, dass das nicht so einfach ist mit den, äh, äh, Wild Walkern. Da, dass sie jetzt nicht einfach sagen kann, hey, Westeros ist mine und shit und überhaupt, sondern Wild Walker sind erstmal die größere Bedrohung. Und, äh, wann und wie sie das erfahren wird, ich bin sehr gespannt drauf. Und was ich auch mich schon ein bisschen, oder was viele jetzt als Theorie haben, vor allem seit der letzten Folge, ist ja, dass, äh, Daenerys jetzt so ein bisschen mad wird. In der letzten Folge hatten wir das Flashbill mit dem Mad King und dann war Daenerys am Ende richtig krass wieder mal, wir werden alles niederslayen und töten und shit mit den Sothraki. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie ein Antagonist wird oder so. Sie wird mit Jon, äh, gemeinsam dahin gehen. Ich glaube wirklich auch, dass wir die drei Drachen auch wirklich geritten sehen. Einer hat, einen hat Tyrion, wird einen reiten, einen wird Jon vielleicht sogar kriegen. Und den dritten hat halt Daenerys, also Drogon, den krassesten und größten und überhaupt. Ähm, ja. Und auch nochmal, um es nochmal zu sagen, in den Flashbacks von Bran, wenn man das sich nochmal genau überlegt, ähm, haben wir wirklich auch schon jetzt in der ersten Beginn des Entwickeln eines Schlachtplans gegen den Night King gesehen. Wildfire. Punkt. Leute, ich meine, das ist echt der Shit. Wir brauchen Drachen, weil, ne, die Whites können verbrennen und so. Wir brauchen Drachen, wir brauchen, äh, Wildfire. Ja, stellt euch mal so Katapulte mit Wildfire vor. Bam, geil. Ja. Und dann halt Drachen, ne. Das wäre super. Perfekt. Optimale Kombi. Äh, und vielleicht dann noch Dings, ähm, ja, genau, äh, valyrischen Stahl. Halt noch, ne, äh, bisschen dabei und Dragonglass, wenn wir es noch irgendwie finden, beziehungsweise vielleicht sogar herstellen können mit den Drachen und so. Ähm, wir werden sehen. Ähm, ja. Aber gut, das ist jetzt nochmal was, auch wieder weiter hergegriffen. Ich bin mal gespannt, wie diese Staffel endet, weil so langsam geht es ja Richtung Ende. Ob die White Walker südlich der Mauer noch kommen oder was halt der krasse Twist ist am Ende, so. Äh, letzte Season war es Jon Snow's Toad, diese Season war es so jetzt. Ähm, ich bin gespannt. Genau. Gut. Ähm, dann Arya. Arya, weiterhin sehr cool, aber auch für mich sehr schockierend. Bin gespannt. Ähm, Arya dümpelt da am Anfang rum, hat jetzt auch wieder, ich muss sagen, Jon Snow hat ja jetzt auch, das sind so Kleinigkeiten, aber der hat jetzt auch diese, diese Nettfrisur, so ein bisschen, oder? Also es ist schon so angelehnt an die Nettstarkfrisur mit den Haaren so zurück und zopf. Sieht halt jetzt anders aus als vorher. Äh, er sitzt, ne, so. Ist halt auch gewollt. Kill the boy, let the man come alive, whatever, I don't know, ich weiß nicht mehr genau im Wortraut. Äh, und so weiter. Kill the boy, Jon Snow. Und jetzt ist er halt der Mann. Und er hat jetzt auch mit anderen Frisuren und so in Kleinigkeiten und jetzt natürlich auch wieder im Stark-Outfit, was immer noch auch sehr cool ist, unterwegs ist. Ähm, Ähm, und, äh, Arya hat auch so eine Frisur in die Richtung und jetzt nicht mehr diese komischen, äh, Zöpfe. Und sie will zurück nach Westeros und geht dazu, so so einem Typen, meint so, hey, ich hab Money und Cash und generell. Ziemlich baddest so und ich will eine Kabine und hier, zack, ich kann nicht bezahlen, krass. Und dann meinte er, ja, dann geht's los, fertig. Und, ähm, denkt mir schon so, oh, kommt sie jetzt direkt irgendwie? Nein. Dann kam nämlich, und dann, das war, ich hab's so kommen gesehen, ja, ich hab's so kommen gesehen. Ähm, weil wir wissen ja, Wave ist, äh, will sie moicheln. Äh, ja, und dann kam so eine ältere Frau an und dann so, oh, my sweet girl, can you help me, whatever, I don't know. Ich hab schon so gedacht, okay, das ist Wave, das ist fucking Wave und pass auf, tu irgendwas. Und dann war ich echt, ich war, saß da wirklich so und dachte mir, fuck, aber, äh, äh, ich hab mich echt an die Red Wedding erinnert gefühlt, weil Wave stabbed Arya einfach mal in, ja, unteren Bauchbereich Richtung Unterleib, irgendwie dreimal rein oder so mit so einem Dolch. Krass. Krass, krass. Und ich dachte mir so, und dann, dann fällt sie halt, weil diese war noch so in der Brücke in Braavos und dann fällt sie ins Wasser, äh, bleibt lange unter Wasser und dann denkt Wave so, okay, the deed ist done, so ungefähr, glaub ich. Aber, dann taucht sie auf jeden Fall nochmal auf und hat überlebt, fürs Erste zumindest. Aber ich dachte so, fuck it, shit, der kann nicht sein. Ja, wir wissen auch den Titel der nächsten Folge schon, von Folge 8, die heißt No One, also wird auf jeden Fall Arya da eine große Rolle spielen. Ja, dann muss man auch sagen, die, ähm, äh, Titel der Folgen sind immer sehr, sehr schöne, ja, Leitmetapher, wenn man so will. Beispiel, ne, Broke Man, das ist natürlich einmal der Hound, ganz groß, aber auch, äh, Theon zum Beispiel, ne, war ja auch wieder so mit dem Thema und, ähm, ja, ne, war ja dann schon eine ziemlich coole Angelegenheit, weil ich bin echt gespannt. Und deswegen, äh, Gendry, ja, weil dann kommt noch so eine Szene, wo Arya so völlig in blutiger Trance durch die Straßen taucht, und alle gucken sie an und überhaupt, und ich meine, da sogar so einen gesehen zu haben, der so ähnlich aussieht, war wahrscheinlich klug gespielt, mal wieder von, äh, äh, HBO mit dir. Ähm, ja, ich hab echt an Gendry zuerst denken müssen, weil sie wird auf jeden Fall jetzt in irgendjemanden reinlaufen, der sich supportet. Ähm, gibt natürlich ein paar Möglichkeiten. Einmal ist es jemand ganz Neues, keine Ahnung, wer es genau ist, ne, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch wieder Jacken in eine andere Verteilung, aber warum auch immer, ey, helfen sollte jetzt nochmal. Ähm, vielleicht ist es, weil wir haben ihn nie wirklich sterben sehen, aber eigentlich war es halt doch schon, weil Maren Trant halt irgendwie schon drüber, so, ne, aber wir haben ihn nie ganz sicher sterben sehen, wirklich, onscreen. Gut, aber wir haben auch nie Stannis sterben sehen, direkt. Äh, und Stannis ist ja jetzt bestätigt tot. Ähm, hier, wie ist der nochmal, der Waterdance Master von Arya. Der lebt ja, oder Kaam ja auch aus Braavos. Ob der wiederkommt, ich weiß es nicht. Oder halt Gendry. Aber was würde Gendry in Braavos machen, obwohl, wurde er nicht, er war ja, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, hat, äh, Davos ihn ja, ähm, auf ein Boot geschickt und so. Vielleicht ist er dann in Braavos gelandet. Und, keine Ahnung, auf jeden Fall, George Martin hat ja, oder George R.R. Martin, hat ja schon bestätigt, dass Buch Arya und Buch Gendry sich nochmal treffen. Das ist natürlich jetzt, Frage, ob es das in der Serie auch passiert. Aber ja, ich bin gespannt, ich, also, keine Ahnung, ich hab, sie werden es nicht machen, glaube ich, aber, keine Ahnung, sie haben mich jetzt schon wieder halb gehabt mit dem, oh, fuck, sie können doch nicht Arya töten. Das können sie nicht machen. Hallo, es ist Arya und Macy Williams und, ja, sie ist schon ziemlich fesch. Und vor allem jetzt gerade, wo es richtig geil wieder bei ihr wurde und nicht mehr so, ha, du putzt Leichen. Na ja, auf jeden Fall, nächste Folge, auch im Teaser schon gesehen, ist dann diese krasse Assassin-Folge. Und ja, fuck, ich, ähm, ja, jetzt bin ich durch, aber es, ähm, ist, glaube ich, die längste Folge. Es wird immer mehr. Aber ich verkossel mich auch immer. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass es immer länger wird und findet es okay. Weil, ähm, ja, es gibt auch viel zu discussen immer, ne, und die Staffel geht halt voran und dann gibt es halt immer mehr zu überreden, wenn man so will. Und, äh, ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, keine Ahnung, was haltet ihr von der ganzen Anti-Walker-Taktik mit dem Wildfire? Was haltet ihr von den Starks und ihrem Quest, Leute davon zu überzeugen, für ihren Zweck wie der Winterfell zurückzuerobern? Und, äh, was denkt ihr, wird Lindenfinger nochmal reinsteppen und, keine Ahnung, vielleicht diese weirde Theorie mit den Lannisters, die ich hatte? Keine Ahnung, äh, was weiß ich? Ja, und, ähm, ja, was denkt ihr, wird mit den Blackfish sein? Was mit Brienne und Jaime? Ja, das war nochmal interessant. Und vor allem Arya. Das hat mich irgendwie, keine Ahnung, diese Folge halt geschockt, muss ich sagen. Und vor allem, was denkt ihr mit Theon und Daenerys? Stellt euch mal vor, die treffen sich, das fände ich so, so weird irgendwie in meinem Kopf. Aber andererseits, es sieht ja so aus, als könnte es passieren. Sehr gut sogar. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Naja, egal. Ähm, was ich noch anmerken muss, das war die, ich bin jetzt ein bisschen von Schnittprogrammen und Gedöns umgestiegen, weswegen das jetzt wahrscheinlich auch vielleicht ein, zwei Tage später kam. Ähm, das war jetzt das erste Video, was ich mit Adobe-Produkten produziert habe, oder ich jetzt diese sogenannte Creative Cloud nutze, ähm, ja, ich hoffe, es ist okay gewesen, alles so gut. Es ist jetzt nicht so kompliziert zu schneiden mit Bildern und so, aber, ja, trotzdem ist es halt, äh, ganz anders als, ähm, Sony Vegas, was ich vorher genutzt habe. Ich hoffe, das ist trotzdem alles in Ordnung. Und, äh, ja, ich hoffe, ihr könnt auch die Verspätung, äh, in Kauf nehmen. Nächste Woche versuche ich es wieder direkt montags, äh, zu posten. Und, äh, ja, soviel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, lasst doch eine Bewertung da und einen Kommentar zu den diversen Themen, die ich jetzt vorhin nochmal angesprochen habe. Würde mich sehr freuen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.